Was geht da weg an Städtchen? Willkommen! Mappe Build bei... Mappe Build bei Flatox Wo fliegen wir denn hier lang? Na Intro! With some help of die Watt 1364 und M4 27 Und wie immer gilt es jetzt Brammen Schlagen War das Dings? Ja, Kollision Das weiß ich nicht, das sind die Standardeinstellungen Es gibt auf jeden Fall 50 50 Bahnen gibt es im alten Rom und es ist ja 5 von 5 Sterne Map Oh mein Gott! Da fängt das schon wieder scheiße an Ja das Ja, das ist doch schon wieder einfach nur scheiße Aber immerhin wirst du nicht zurückgesetzt Wie spielt ihr? Spielt ihr mit der Anzeige, dass ihr die Kraft also Ja, sobald du klickst Schlage ich Also wenn ich aushole und dann klicke, schlage ich Achso, dann mach ich nicht Ich mach quasi mit nach hinten und nach vorne Ja, ich mach auch mit nach hinten und nach vorne Ja, okay Oh, Hall in One find ich nicht Okay, das war not bad Ja, ja, muss man auch mal machen Hör auf Bleib liegen, bleib liegen, nein! Ja, jetzt hinten über die Wand einfach Alter, Leute, der Winter ist offiziell vorbei Okay Oh Gott Wo sind die Laubbläser wieder da? Die Laubbläser können nicht da Wie können die Laubbläser da sein, wenn Winter da ist? Ne, deswegen sagt der Es offiziell vorbei Ja, aber da hast du keine Da hast du Knospen an den Bäumen Ja, das hier weiß ich nicht Wo kommen die Blätter her? Der Knospenbläser Du musst ein bisschen Gas geben Jaaa Hä, weniger Alle Zeit der Welt Da kannst du nach hinten schlagen Da kannst du über die Ecke direkt rein Ne Dann wird sich geweigert nach hinten schlagen Alle Zeit der Welt So, 25 Sekunden, alles gut Der Knospenbläser So So Der links gegen Und ab dafür Viel stärker Oh Ticken mehr Äh, nicht nur ticken Ah Bitte nicht versauen Nein! Nicht versauen Nein! Mann, wieso passiert mir das immer bei dem ersten Schlag? Naja Du darfst dich nicht so hart machen Na, kann Bram nicht besiegen in diesem Scheißspiel Das stimmt gar nicht Ich glaub, es gab schon ganz viele Sachen, wo ich nicht die erste geworden bin Einfach den Sprung schaffen geradeaus Nicht zu feste Nicht zu schwach Und äh Oh, dann hätte man Holloman machen können Ja! Komm! Roll! Roll! Pfff! 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 Zwischen Genie und Wahnsinn Zwischen Genie und Wahnsinn Zwischen Genie und Wahnsinn Ist ja genau das Genau das Warte mal Oh, man muss da links in der Tor Hä? Warte mal mit abrallen Okay Das war nicht stark genug Äh, so Wenn ich dagegen haue Ah Uh, das ist gar nicht so leicht Oh, null Da hätte ich auch weniger als zwei nehmen können Drei, meine ich Ja Aber ihr habt alle drei gebraucht Okay Aber Christian arbeitet noch dran Ich hab versucht das direkt zu machen, aber das war nicht smart Das hättest du mal machen können? Weiß ich nicht Vielleicht mit dem abprallen, wenn du hochfliegst, ja Oha Oh, das kannst du auch direkt Das hab ich mir auch gerade gedacht Das war genau so Da musst du aber richtig Gefühl haben Dass man genau so das macht Nein! Also machen wir das alle in zwei Ja Das ist aber potenziell okay Bram ist halt doch nicht weg Hallo, ich bin auch noch vor dir, möchte ich mal ganz kurz sagen Ja, aber du bist nicht das Problem Deine Mutter Deine Mutter Deine Mutter Der Lamp ist halt einfach krass in dem Game Der Glock ist einfach dazwischen Deine Mütze Du musst einfach langsam Ne, du kannst auch ganz hinten richtig gasten Oh! Yes! Sehr schön Machen wir doch jetzt auch alle in zwei, oder? Hoffentlich nicht Na! Sicher Hast du doch zum Kotzen Nein! Ach Kom, der ist drüber gehupft Ja, so knapp war bei mir auch alles Ja, aber ich muss aufholen Ja, ich verstehe das Ich verstehe das Guck mal, da kann man ein Risky Play machen Oh, oh, und dann gehst du da in die, in die, in die Dingens rein In die Blumenvase Also machen wir mal Hodo One, wa? Boah Oh, lol Machen wir nicht Hodo One Boah Yes Ich mach den Lewis Hamilton Man muss die Punkte sammeln Um Weltmeister zu werden Ja, Bram hat was probiert und einen Punkt verloren, okay Ja, genau das mein ich nämlich Genau das mein ich Genau das mein ich Oh, das ist ne Standard Minigolfbahn Das ist halt übel Stabler, oder? Oh, da kommen wir nicht hoch Ne Oh Gott! Ja, souverän Ja, 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 ja Hole in one in Zwei Ich finde das gut Boah, das ist wahnsinnig spannend Yo Chip in, Alter Das gilt da Nice cock Wie kann man sich nochmal umsehen? V V Ist egal, ob du links oder rechts gehst, dies gespiegel Achso, leuch, okay, alles klar Komm schon! Hahahaha Sehr stark Sehr, sehr stark Peter ist nicht das Problem Peter ist auch nicht das Problem Peter ist auch nicht das Problem Peter ist zwei vorne Wir haben noch 40 Löcher vor uns, Freunde, ne? Ah 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 Oh, ne! Das war schlecht Loll Wie soll man das denn hole in one schaffen? Das frage ich mich gerade auch Wie kommt man denn da hoch? Oh Oh Ja, ist gut War richtig Gas geben, so kommt man da hoch Das war belastend Rolle, 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 Rolle ins Glück Wenn du noch ein bisschen weiter nach vorne rollst, ja dort Das kannst du easy hole in one schaffen Ja, aber ich weiß nicht, wie man da Also, ich bin so hoch geflogen, dass ich halt Dann ich da nicht Dann musst du noch höher fliegen, damit du noch weiter nach vorne kommst Ja, okay Ich habe eben zu schwach geschlagen Oh nein Ne-me-s-i-s Oh Runter, runter, jawoll Wohl bad, ne? Ich bin's geil, wenn wir uns richtig anstrengen gerade Ich streng mich richtig an Ich habe schon in der letzten Folge, als Seb noch dabei war, als er zu dritt war, habe ich versucht, Kram zu matchen und das ist unmöglich Jetzt habe ich die richtige Motivation gefunden und versuche den halt weg zu squaschen Schade, mit stärker wäre ich dringend gewesen Oh fuck Oh, das ist natürlich... So was ist schlecht, Peter Sehr schön Alles... Alles Gift Da habe ich wieder einen verloren Alles Gift, ja Das will ich mit Jay auf einem Je mehr Bahnen wir spinnest, desto weiter komme ich weg Das ist irgendwie doof Ah, kannst du sagen, was ist denn da? Ist das die Bahnen? Ist das die 14? Oh fuck, mein Alph Oh wow Hole in one in zwei Hole in one in eins Ach, Kacke Oh, geil, Bram Sehr schön Perfekt Alles gut Ah, scheiße Mann, der macht das aber auch, wenn er auch im Problem ist Was? Was? Das soll nicht wahr sein? Oh, lol Oh Gott, Jay Das war zu schwach Das ist nicht wahr sein Why? Lol Da ist noch ein secret hole Hole in one in drei Das kann doch nicht wahr sein Und Peter macht so einen Lackerscheiß Was hat denn das mit Lackerscheiß zu tun? Wo kommt denn der Müll her? Das ist ehrlich Wie muss man schlagen gegen das Schildhaut? Oh mein Gott So leicht schräg über die Kante drüber, glaube ich Ja, nach rechts ein bisschen, oder? Ja Ja, die Richtung stimmt Oh mein Gott Nein! Und Bounce! Nein, Bram ist da Und er möchte in zwei Nein! Vielleicht vom Start aus einfach rinnen, ne? Oh nein Oh, in sechs, Peter Ja, richtig bitter Nice Kork! Oh, das hat weh getan Fällt jetzt richtig schwer Naja, das war so klar Das war's Oh, da tut für Jay auch weh Als wenn der nicht Es ist halt nicht so leicht, da rüber zu kommen Weil du darfst ihn nicht zu festschlagen Ja, ich stand genau da vorher auch Oh, das hat weh Weißt du, genau da ist nämlich die Sache Dann ist so dieser Weißt du, Bram chokt nicht in den Choke-Punkten Ne, das ist aber auch schlecht Wie viel Gas, Peter da immer gibt Ja, hat doch geklappt Ja, hat doch geklappt jetzt Aber du bist ja trotzdem immer Ich bin ein Grobmotoriker Was denn? Das war der Hinweis Tatsächlich die Flasche Oh mein Gott Was ist denn da eine Flasche? Die Flasche, die da rechts steht Hätte ich ein bisschen stärker geschlagen Siehst du? Mann! Das ist doch ein Schwert Ja, das ist ein Schwert Ja, keine Ahnung Ich sollte lieber alle in zwei machen, ne? Ja, das ist schon wichtig Machen wir das mal alle in zwei Scheiße Ach man, ey Das ist unmöglich Guck mal, da kannst du jetzt ein Risky-Play machen Deine aus, meinst du? Ja, über die Platte Ja, komm Alter, never ever Hä? Aber so Scheiße mach ich da Das geht doch gar nicht Äh, hinter dir Äh, Mann Du musst von Anfang nach hinten schlagen Und da dann über Oh! Jo! Moin Ja, genau so Wie krass fliegt denn der da hoch? Ja, also jede Map ist Hollow One möglich Das ist schon eine Ansage Normalerweise probiere ich das immer Aber gerade geht das noch um was Oh! Ja, richtig Gerade geht das noch um was Ja, ich bin ein Punkt hinter dir nur Das sind doch nur Punkte Aber Peter, da oben in dem Pott drin Ist ein Tor Ja, das ist richtig Das war knapp Okay, dann jump ich erstmal komplett drüber Nein, das kann ich wahr sein Aber okay Das ist aber auch knapp Oh! Hurensohnsspiel Mann! So So Das ist ein bisschen extra Zielen sein lassen Ja, nur 3 3 ist natürlich Hat drum 2 gebraucht Scheiße Ja Das ist das, Peter Ja, du hättest Also, wie du sagst Hollow One, ne? Ist immer drin Ja, ist drin Aber hätte ich ja nicht geschafft Da hätte ich jetzt 7 gebraucht Oder so Oh! Scheiße Oh, dann ne Tschüss Das ist schwer, oder? Scheiße Reicht das? Reicht nicht Oh Gott Oh! Was soll ich jetzt hier so am Choken binden, Alter? Mann! Alter Kann nicht wahr sein Ey, jedes Mal derselbe Schlag von mir Oh, jetzt aber Mein Gott, ey Das hat gedauert Doch nicht so einfach Hä? Nein! Entweder musst du das so dosieren Dass du zweimal oben hin und her bouncest Oder nur einmal Oder du spielst direkt die Bande so schräg an Dass du oben in die Mitte triffst Ja, genau Ach, kacke Kann das nicht Drei Schläge hat er noch Und noch 8 Sekunden 7 Sekunden 5 Der muss sitzen Ja, jetzt muss sitzen Reicht nicht Scheiße Siehste, dann ist es doch zum Kotzen Guck mal, der wäre noch zu Ende gelaufen Ich kann sowas nicht Ja, das stimmt Wenn er rollt, rollt Ja Okay R, F Lass mich irgendwas drücken R, F R, F F for respect, meinst du? Ja, fuck, Alter Jetzt ist Warum kann er auch nicht gegen die Falle Ja, genau Und ich weiß Natürlich Das Schade Rollen Rollen 2 Wow Lass Kannst du achten Und geradeaus Haus Geradeaus Sieht doch einfacher aus, oder? Ja Ja Das sieht aus Ein Hole in Uno, ne? Endlich mal wieder Oh, bleib halt hier liegen Habt da rein, ne? Da haben wir wieder unsere Zweier So kann ich dich aufholen, Mann Aufholen, Mann? Aufholen, Mann Den brauche ich jetzt, den Superheld Ah, okay Da oben geht rein Noi, was? Da ist ne So Hä, da unten ist ne Kante? So Hä? Ah, okay So machen wir die Holoman Ja, eben, da bin ich auch gegengrauen Okay Jo, da hat einer Hast du es geschafft Nice, guck Ich liebe diesen Wii U Wenn er Wii U Sports Sprecher oder so Ja Hä, was hörst du denn da immer? Die sagen Nice Cock Wenn du beim Bowling Ach so Einen guten Schlag machst Ich dachte, dann sagen die hier Die ganze Zeit Nice Cock Oh, okay Warum sind da Kanonen? Warum kann man da über diese Wand fahren? Damit du direkt das Loch rein kannst Ah, okay Alter Alter Das ist belastend Selbst auf so ner Das ist krass, oder? Das ist fucking Strecke holt der Ja, sag ja Warum ist Weltklasse in dem Spiel? Das ist unmöglich, den zu schlagen Du musst ihm die Map halt vorher mal angucken Nicht umsonst, gib ich V Ja, tu ich ja auch Aber dass du halt dann trotzdem diese Da oben musst du mal rein Krassen Schüsse machst Ja, aber wie kommt man zum Beispiel Wie schafft man die Map hier hole in one? Da geht ja jede Map hole in one Okay, wie habt ihr das jetzt gemacht? Jetzt haben wir nicht zurückgekuckt Das steht doch da, was ich einfach gemacht habe, was auf dem Schild steht Bitte mit auf der Target Okay Das kannst du nicht versorgen Ja doch, mach mal Nee, dafür hast du Nee, macht er nicht So, wo ist hier das Secret Goal? Es gibt doch immer ein Secret Goal Oh, ich hätte fest erschlagen sollen Oh, das wäre ein Hole in one Was ist denn da mit dem Busch? Ist da was drin? Da was im Busch? Ich glaube, dann gib uns mal ein Secret Goal Oder kannst du nicht einfach nur jedes ein Hole in one machen? Du kannst nicht jedes Hole in one machen Das heißt nicht, dass es ein Secret Goal gibt Aber manchmal gib mir vielleicht auch einfach ein Secret Goal Ja, ja Auf der Suche nach den Secret Goals Könnte auch so ein Porno sein Ja, dann mach ich ein 2 Scheiße Das darf doch nicht Machen wir alle ein 2 Okay Das ist null Runden noch Also kannst du nicht aufholen Nee, genau Das ist halt die Scheiße Aber wenigstens kann Jetta auch nicht auf mich aufholen Da muss wieder diese fucking ANG Runden kommen Ja Da musst du halt Glück haben Oh, wie müssen wir denn hier springen Damit wir dann eins machen? So? Nee, so? Nein! Ah, auch alle ein 2 Nee Nee, das ist aber nicht So? Das ist aber Boah, das ist anti Anti JF Gönnady Nee Okay, einfach rein Das ist weiter als ich dachte Das ist eine riesige Vagina Oh, steht das Loch auf der Mitte Oh, nein Getroffen Nein, getroffen Hat das noch? Ach, habt ihr das richtige Loch? Nein! Nein! Auch die falsche Loch Aber vielleicht mach auch zwei Ich dachte, ihr meint das ganz große Ich dachte, ihr meint das ganz, ganz große Loch Das hab ich jetzt auch getroffen Nein Nicht den scheinenden Eingang Ich ende mich! Sondern den Kitzler Nein! Ich versuche wirklich Was soll ich machen? Ich kann nicht besser spielen Das ärgert mich Du hast zwölf Schläge mehr als ich Ja, was soll ich denn machen? Oh, das wird schwierig jetzt Guck dir das an Was soll ich denn? Da kann ich dann nichts gegen machen Die Feste muss ich denn hier gegenhauen Oh, Feste gegenhauen Oh, da waren wir zu Feste Nicht so Feste Und jetzt hab ich wahrscheinlich wieder Glück Und ich schlag oben drüber Das kann nicht wahr sein Da musst du jetzt ein bisschen Ein bisschen Gefühl nach oben Ist ganz Oh, nein! Ja Weil sonst macht man Rolle, Rolle, Rolle Ach, Mann Das ist doch zu kotzen Warum ist da so eine kleine Huckel? Ja, aber ich hab wieder einen aufgeholt jetzt Fünf Strokes hat er gebraucht Bis er gekommen ist Oh, da hab ich Oh, da hab ich zwei aufgeholt Mensch, krass Nice Kack, Christian Jetzt sind aber nicht mehr so viele Löcher Ja, wobei Dann kann noch 20 Stück Ja, da muss nur eine A&G-Bahn kommen Wo man mal Glück hat Oh, guck mal Wir haben drei Löcher, okay Ein frisches E-Bahn Ah, I like it Nur in die Mitte kann man Hole in one machen Das ist richtig belastend Das ist wirklich zu alt Oh, ich find das ganz lecker Was für ein Ding? E-Bahn, fühlst du hier ab? Ach, komm! Ey, ich hab aber auch Oh, du machst es, aber Oh, doch, Glück Nee, Skill Kein Pech Sagen wir mal besser so Nee, was ist Skill? Okay Ich find hier drüber springen Finde ich schwierig Weil du Weil die Diese kleine Mummelbahn So dünn ist Ey, kleine Mummelbahn Was ist R&G? Guck mal, da sind Tiere Im Hintergrund Ist das nicht schön? Glaub ich, dass das R&G ist Ich glaub, wenn du die richtige Einstellung hast, kannst du das immer wieder Genauso machen Das ist auch so ein Elden Ring Jock Oder, dass bei diesen Händlern Die haben ja immer so Maultiere oder sowas dabei Da stehen immer Nachrichten davor Dog Der steht auch vor jeder fucking Schildkröte Dog Hab ich noch nicht verstanden Ja, das ist halt Die Souls-Community ist ein bisschen dumm Irgendwann ist halt leider der Mainstream auch in den Souls-Teilen angekommen Nee, aber ganz ehrlich, das ist glaube ich auch schon vorher so gewesen Jedes Mal Fingerbutt hole Früher waren das halt Früher waren das Ja, genau Und früher waren das halt eigentlich nur Tipps Was gleich passiert Und fertig Nee Und jetzt versucht da jeder Der witzigste Mensch auf Erden zu sein Dark Souls 1 war schon Great chest ahead Und alles Das ist, würde ich sagen Von Anfang an schon so Dog, der wenigstens D-A-W-G geschrieben Werden dann abgewertet D-A-W-G Ja Hä? Hole in one Oh, nein Das ist so belastend Guck mal, Peter Tschüss Ach, da muss man rein Fuck, das wäre es gewesen, was? Ja, das wäre echt gewesen Ach, guck mal, Dennis wird auch so langsam Und dann so Ja, machen wir alle zwei Mhm Das stimmt nicht Alter Das stimmt wirklich nicht Herr Christian hat auch nur einen Boah ey, das darf einfach nicht wahr sein Turn around for all in one Turn around Tell me what you see Wie viel brauche ich denn hier? Das ist alles Oh, da ist das Interesse aber auch nicht so einfach Hole in uno Ja, hole in uno, ne? Das darf nicht wahr sein Mann! Peter, du musst oben das Ding treffen Ich will Pech Genau die Ah, okay Den einzigen richtigen Weg Und hole in one und zwei Ja, das war mal ein Zusatzziel Das zweite ist das Loch Okay Wait, aber wie machst du das denn hier hole in one? Hier muss es Oh, du Mann Okay Du musst halt einfach so stark machen, dass du das zweite Loch triffst Ja, easy Ach soo Ich dachte, du musst hier so weit hauen, dass du hinten die Bahn weiterfährst Nee, nee Nee, nee, direkt hier vorne Ah, da bin ich viel zu weit gewesen Das ist doch wieder zum Kotzen Ja Weil das dritte ist Ah ja Da machen alle so einen guten Schlag Krass Ist das schön Ich mach das Ach so, ich wäre hier weitergefahren Ich dachte, ich bin hier hinten Ach, Moment Ich bin auch Ich dachte auch, dass es hier weiter geht Genau Das wird kein Hole in one bei mir Das wird kein Hole in one bei mir Oh Mein Fucking Gott Gut, Jay, das wird aber selbst bei Hole in two schwierig bei dir Wir machen alle in zwei, oder? Ja Oh Das ist halt zum Kotzen Das ist halt einfach zum Kotzen Ach Mann, ey Du kannst machen, was du willst Aber Ende Hätt ich mal die Zusatzziele zwischen dir hier ausprobiert, dann könnte ich mich mit Jay noch battlen Das ist einfach so Guck mal, das war jetzt einfach noch mittig durch Das ist wirklich so, weil ich halt scheiße bin Nee, das stimmt ja so nicht Warum ist Bram da gerade geschwungen? Reicht aber Da war irgendwie so ein Hükel auf dem Boden Ich kann aber nicht sagen, wieso Ich hab den auch nicht gesehen Genau den Da auch Ja, wow Jay analysiert doch Ja, da springt er Ja, sehr gut Jay macht Hole in one Ich hab's halt echt nicht verstanden Warum man da springt? Ich hab die Hükel gesucht Ich hab sie nicht gefunden Habt er einfach geschlagen Hallo Hallöchen, na? Das ist wieder das Schwert Das Schwert war letztes Mal der Hinweis Hole in one Das war geil Schöner Shotcut Darf nicht wahr sein, ne? Er macht halt trotzdem Nein Trotz was? Also hier sind beide Strecken Hole in one Ich hab's halt auch probiert Oh, nice cock Ja Hole in one Hole in two Das ist immer das komische Schwert Oder die Flasche Oder whatever das ist Ja Ah, einfach gerade ausschlagen Okay Einfach hüpfen bis zum Gitter Einfach Vollgas geben Kann nicht wahr sein, dass ich das verkackt hab So Kann bitte nochmal so eine richtige Fucking R&G-Folgerunde kommen? Ja Ja, hoch Mann Ah, gut in zwei Das hat weh im Hals Alter Ey, das ist ein Witz, Mann Du musst ein bisschen weniger Gefühl da reinlegen Witz, Mann Bisschen weniger Gefühl noch? Ich Jetzt endlich Jetzt ist der Punkt gekommen Das ist klar Jetzt ist der Punkt gekommen Das ist aber schön, wenn man sich so gut kennt Aber man weiß, jetzt ist es so weit Jetzt Jetzt sind echt nicht mehr viele Löcher Okay, wir machen das denn da Ah, da ging das grüne Ding und fertig Hä? Was soll denn das? Ja, das grüne Ding Und dann, äh Ja, das wird er ja da platziert haben, weil Leute Dann gehst du in die Pfeife rein Ah, Leute Ah, easy, hold on one Kein Thema Boah, Alter, das ist schon vier Mann hier getroffen Oh, jetzt Oh, du waren denn fünf Oh, du was? Was, das ist denn nun Scam? Hier Das ist die blaue Äh, blaue Dingens hier bei Mario Karton Boah, guck mal, jetzt bist du Rangelkommen, Peter Oh, da ist die Aranty-Strecke, Jay Ja, sechs noch Tave? Ja, schon, ne? Alter, Peter macht das einfach Nein, mach ich nicht Alter, ist das ein Witz Das ist halt ein Witz Echt? Ja Guck mal links oben, Peter Nein 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 All in one fünf Yay Das ist halt super belastend gewesen jetzt Okay So, der schlechte Jay, alles gut Wenn du das jetzt machst, dann bist du noch im Durchschnitt Jawohl Das ist so ein dreckiges Fick-Stremen Fick dich Fick dich, Golf Fick dich wirklich, ernsthaft Fick dich Nein, ich meine auf der Map von uns Achso Jetzt kommt nur noch so ein Scheiß, oder was hier? Das hat Jay sich doch gewünscht, oder nicht? Ja, hab ich Oh Das ist was Und, aber Bleib liegen Bitte, 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 bitte Danke Oh 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 Ah, zwei Oh Von hier aus ist es aber Oh Das ist tricky Mach ich so Ey, das war nix Ey, Peter war viel zu fest Mach ich so Ja Oh nein Davon da aus schaffst Oh Null Holle meine zu Das sah strange aus, Peter Kannst du das jetzt nochmal richtig machen? Dankeschön Man Uff Ein Fünfer Auf der Map Was ist das denn? Gar nicht Gravitationsänderung Ja komm, ich bin eh letzter Ich schlag mal vor Ich glaube, Gravitationsänderung Oh, yo Du machst einmal Oh, okay Oh, hier stehe ich aber doof jetzt Und das müssen wir jetzt klug machen Das war so So Easy game Ja, Bram Füge ich Ja, mal hin vier Uff Okay Jetzt dürfen wir nicht choken Auf den letzten paar Waren noch Das wäre natürlich belastend, ne? Ich muss jetzt ein paar Lackerschläge raushauen Hole in one In zwei Nee Hole in zwei Wird das einfach nur Dammit So Par Par Drei Woge Das haben wir doch Herr Bram hat aber auch so viel Vorsprung Der kann sich das auch leisten Fünf habe ich noch auf ihn Wir müssen eine Menge Aber auch nicht so viel Sieht schwer aus Zwei Bullshit Wobei Peter Peter kann auch hole in one machen Also Oh, lol Stopp, 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 stopp Ja, das reicht Okay, wir bleiben bei fünf Drei Bahnen noch Alle in zwei Ich meine, ich hole jetzt die ganze Zeit Auf, komm jetzt mal bitte Eine Scheißstrecke, komm Oh, bitte nicht Okay Aber uns ist hier nicht Okay, nicht annähernd Annähernd Okay, nicht annähernd Nicht annähernd Okay, viel zu viel Viel zu weit Da ist er Jetzt schafft das Bram natürlich Komm Ah ja, sehr schön Auch mal geschafft Okay, wie viele Bram mit Peter in zwei, Junge Oh, die shit Ist das spannend jetzt Oh Zwei Punkte nur Jetzt muss ich auch Jetzt auch Peter den Weltmeist Never Jetzt den Weltmeist Jetzt darf ich nicht schocken Jetzt ist es trocken Ich will nur kurz sagen Peter ist keine Gefahr Sie tat Jonathan Abfeld Bist du auch nicht Fuck, ich hab 16 Schläge Weniger als du Hä? Das ist schwierig Das war doch mega gut von dir Ach, klar Da bin ich abgeprallt So eine Kacke Ja, wieder einen verloren Mann Dann müssen wir jetzt vorsichtig Ach so, zwei ist das nächste Die paar Oh, wow Ja, dann Oh mein Du schaffst nicht mehr Dieses scheiß Zweimal schaff ich das nicht Dieses scheiß Hurenportal zu fliegen Das ist belastend jetzt hier Thanks for playing Aber vielleicht kommt ihr so von euren Alter, ich schaff es halt Aus dem Ding Einfach eine Dreierpart zu machen Oh Ja, wenn Bram das mal gemacht hätte Wäre dann echt angenehm gewesen So eine Scheiße Reiß aber nicht mal Reiß Bogey Ja, klar Ich sag ja Bram ist Einfach eine Macht In diesem Spiel Ja, war aber knapp War ein gut game Bram